Okay, im Secret Level und ich warne schon mal vor, das Level ist nicht gut, nicht gut. So, Sinn des Levels ist es, jetzt hier zu stehen und wirklich einfach zu warten. Hier nun wieder mal ein Safe machen. Das ist so ein beknacktes Level. Es ist wirklich ein beknacktes Level. Es ist wirklich so ein beknacktes Level, weil hier liegt halt überhaupt kein Leben. Und die Typen schießen halt hin und wieder einfach in die Ecke. Ja. Alter, wenn die wenigstens nicht durcheinander durchschießen könnten, wäre das ja fast noch ein ganz witziges Troll-Level. Aber das ist einfach echt kein gutes Level. Und man hat einfach nicht genügend Money. Es sind viel zu viele Gegner und man hat einfach nicht die Mission, nicht das Leben. Und das ist einfach kein Problem. Dann hat er doch keine Ahnung, wie viele das noch sind. Ich mach mal nochmal ein Save. Das könnten jetzt... Ah, das sind fast alle wahrscheinlich. Ja. Cooles Level, ne? Die sind da jetzt alle in den Gängen gewesen, praktisch. Und kommen halt alle auf einen zugestürmt und man muss sich halt verteidigen. Also normalerweise müsste man wahrscheinlich sich hier hinstellen und das irgendwie... Oder hier in der Ecke oder so. Die von zwei Seiten, ich glaub ohne das Secret zu finden, ist die Map... Also ich weiß nicht, ob die überhaupt möglich ist. Überleg mal, man würde hier sterben. Und hätte halt nicht die Chaingun dann. Also ich weiß nicht, das ist designtechnisch einfach nur... Meiner Meinung nach einfach nur grütze, das Level. Ich weiß nicht, was man sich dabei gedacht hat. Man wollte witzig sein, aber es ist halt echt einfach nur nicht gut. Es ist nicht mal gut witzig, so. Es ist einfach kein gutes Level. Jetzt musste ich es einfach schon zum zweiten Mal spielen heute. Ich hab's schon beim ersten Mal nicht genossen. Beim zweiten Mal genauso wenig. So, normalerweise sollte ein Secret-Level zumindest eine Belohnung sein. Aber das ist einfach immer nur eine Strafe. So, es kommt halt erschwerend hinzu, dass dann hier diese ganze scheiß Treasure in diesen Gängen liegt. In diesen Gängen. Wo man sie dann einzeln aufpicken muss. Dieses Level, das ist eine reine Tortur. Es ist so schlimm. Warum macht man sowas? Wieso macht man sowas in ein Spiel rein? Es ist so unnötig. Es ist so unnötig. Man muss hier in jeden einzelnen Gang reingucken. Und schauen, ob man die auch schön alle aufgesammelt hat, wenn man alle haben möchte. Ich mein, wer hat denn gedacht, das ist eine gute Idee? Das ist doch nicht... Das ist doch nicht gut. Wer hat sich das gedacht? Das ist halt einfach echt nicht gut. Also, das ist halt nicht mal witzig. Obwohl es halt offensichtlich ein Troll-Level ist. Einziger Vorteil ist wirklich, dass wir hier einen Blazkowitsch bekommen. Ich hoffe, ich habe zumindest halbwegs alles eingesammelt. Ja, auch beim zweiten Mal spielen für mich hat diese Map keinen Spaß gemacht. Aber ich bin froh, dass es jetzt wirklich vorbei ist. Hoffentlich. Ich hoffe, ich habe nicht wieder irgendwas vergessen. Und irgendwas hat wieder nicht gestimmt. Nee, nee. Ich hoffe, es ist diesmal wirklich das letzte Mal gewesen. Okay, dann sieht man sich beim nächsten Level wieder. Bis dann. Ciao.